hallo leute das sind wir wieder so wollen wir mal schauen ob wir es jetzt eventuell besser hinkriegen es fängt ja schon mal gut an dass er die leiter nicht runter steigen will ja was ist jetzt los gehst du runter ach ja ich hoffe mal dass es jetzt besser läuft aber warten wir es einfach erstmal ab ok so was haben wir in unserer ausrichtung was wir da verwenden können nehmen wir gerade mal dynamit was es natürlich nicht gibt das müssen wir jetzt natürlich auch zünden und und es hat zoom gemacht ok luga ist voll ach es sind noch soldaten hier ich dachte ich hätte sie schon alle ausgeschalten aber nun gut dann holen wir das einfach jetzt nach ich sehe ihn ähm ähm man sieht mich das ist einfach gar nicht toll wenn man mich sieht und wer bitteschön zieht mich welcher böse wicht ähm falsche richtung kollege aber naja manche müssen jetzt halt auf die harte tue lernen haben wir eigentlich jetzt wieder ja juhu wir haben wieder granaten ja ich denke mal wir sind zu nah von ich denke mal wir sind zu nah von ich denke mal wir sind zu nah von laut anzeigen muss dieser lkw auch noch weg machen wir das doch mal glatt so einmal schön gegen die fahrertür dann wäre der lkw jetzt auch geschichte und wir können uns jetzt hier noch in ruhe ein bisschen gegen umschauen wenn ich es richtig sehe eine flaggestellung fehlt uns noch die werden wir uns jetzt einfach jetzt kurz holen wenn ich abwarte dann kann ich meine schüsse maskieren ich habe ein vorratslager gefunden nichts besonderes briefe an martin lieber martin deine mutter beschäftigt sich mit stricken für den sieg sie hofft dass du ausreichend isst und meint ein junger kräftiger bursche wie du würde hier zu lande wo alles rationiert wird vom fleisch fallen dein stolzer fett ps deine mutter lässt fragen ob du die pyramiden schon gesehen hast wahrscheinlich eher nicht aber sei es doch oh wir sind in einen rang aufgestiegen habe ich gerade gesehen rang 9 so ach da ist noch einer okay jetzt sollten wir vielleicht mal in deckung gehen wo kommen die jetzt alle her egal wo sie herkommen da gehen sie wieder hin ja du hast es richtig gespürt so der nächste bitte ja komm schon ja wir essen zeitig durch kämpft das ganze gebiet ach ja heldenmuut tut selten gut aber naja soldaten handeln ja auch nur auf befehle ach hey wer war schneller du oder ich aber ich glaube fast er hat mich erwischt diese böse wicht ich stehe noch ehrlich so wo ist jetzt das symbol 39 meter in diese richtung und 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 oh mein Nummer 2 und Nummer 3 Gut, dann wird das Ding auch zerstört Schauen wir mal Ok, da haben wir niemanden mehr, auch nicht Was mir gerade einfällt, vielleicht können wir das Tagebuch ja auch selber suchen Sofern es hier irgendwo ist Ah, was gibt's da? Ja, ich war zu schnell So, was gibt's? Hey! Anmerkung zum Überleben Wüstenhinterhalt 1 Bei sandigem, aber staubigem Untergrund können die Staubwirbel deines Mündungsfeuers deine Position preisgeben Befeuchte die Umgebung mit Urin um so wertvolles Trinkwasser zu sparen Am frühen Morgen kann bei entsprechender Luftfeuchtigkeit Schmauch deine Position verraten Unebene Flächen oder Laubwerk helfen dir, dich zu verbergen Aber Achtung! Dein Mündungsfeuer könnte größere Gräser oder kleinere Pflanzen in Schwingung versetzen Ja, da haben wir schon wieder was gelernt Das heißt wir urinieren einfach wild in der Wüste rum da wo wir uns gerade aufhalten Oh! Sammelkaufen! Die will er nicht! Die will er nicht! Hallo! Na gut, dann halt nicht Na ja Wenn wir da drüberspringen Ja, aber sicher doch Und wieder eine Munitionskiste So muss das laufen Jetzt haben wir oben Jetzt gehen wir unten nochmal kurz hier So grob drüber Ich habe jetzt gesessen Ich bin da Achso, klettern Ne, ich will jetzt nicht klettern Und wieder Law Ja, ich glaube Das war eine blöde Idee, selbstständig nach dem Tagebuch zu suchen. Aber naja, vielleicht finden wir ja sonstige Nachrichten. Wäre ja auch nicht unser Schaden. So sind wir dann wenigstens ein bisschen informiert. Aber, es ist jetzt gerade im Kreis gelaufen. Ja, hier schon. Ja, okay, dann werden wir uns hier jetzt auch abgegrast. Ich denke mal, es würde vielleicht auch nur reichen, wenn ich nach einigermaßen intakten Gebäuden suche. Da komme ich nicht unbeschadet runter. Ja, die Stelle kennen wir doch. Dann schauen wir mal, was wir hier oben noch haben. Einen toten Soldaten. Was trägt der mit sich? Okay, da haben wir jetzt volle Munition. Die Kriegsgeschichte der Achsenmächte. Versuchtes Attentat. Unglaublich, wie dreister Feind geworden ist. Hinter unseren Linien tauchte auf einmal eine Kommandogruppe auf, die Rommel nach dem Leben trachtete. Sie müssen beinahe 20 Kilometer unentdeckt gelaufen sein, um von der Küste nach Bedalitoria zu kommen. Einen haben wir erschossen, aber die anderen wurden gefangen genommen. Glücklicherweise ist es uns gelungen, zu verhindern, dass sie allzu viel Schaden anrichten. Und doppeltes Glück, dass Rommel sich zu der Zeit in Italien aufhielt. Ja, schön. So, was ist der? Na, der hat Zeitgenosse bei sich. Ich denke mal, wir sind hier komplett aufgefüllt mit allem. Ja, wir können gar nichts mehr tragen. Schlag da. Eine Kiste. So, was haben wir hier schönes? Jetzt haben wir auch noch nicht alle Häuser durchgeschaut. Wo oben können, weiß ich gar nicht mehr, ob wir hier oben waren. Nein. Okay. Gehen wir runter. Das haben wir rein. Okay. Ja, wir sind voll mit allem. Wir sind da hoch. Rechts ist nichts und links ist... Oh, was ist denn da drin? Nichts aus einer Leiter. Hören wir mal, geht es sagen, man kann die Leiter ja hochgehen und schauen, was da kommt. Aber ich weiß nicht. Ey, 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 nicht mal so kleine Vorsprünge kann der springen. Ja, ich suche hier noch ein bisschen rum, weil ich habe ein bisschen Bammel davor. Hier, wenn die drei Offiziere da wieder kommen, den richtigen zu finden. Das ist wirklich ein, wie soll ich sagen, ein blöder Job meiner Meinung nach. Hmm. Aber nichtsdestotrotz waren wir hier unten eigentlich schon drin. Ja gut, wir werden jetzt da wieder hochklettern und in der nächsten Folge sehen wir dann ob es diesmal funktioniert hat oder nicht. Also wenn ihr neugierig seid bleibt dran, schaltet ein und dann werden wir es gemeinsam herausfinden. Bis dann, tschüssi.